ok jetzt wird's witzig ich zeig euch jetzt mal was ich kann es nicht verstehen aber ist halt so ich rolle jetzt erstmal gemütlich den berg runter so müssen wir mal gucken was der weg ist man sieht nichts von lauter schmierigen blättern ja klar pump track jetzt hier weiter oh abgerutscht ein pedal nicht so wild so immer noch legal und nicht mehr legal so ich bin gerade in der kleinen zwickmühle ich komme von da und möchte nach da hier ist hessen also ich befinde mich jetzt hier in hessen da gibt es keine zwei meter regel der kleine stein da unten der markiert die grenze so jetzt mache ich noch einen schritt illegal das heißt ich kann in diese richtung nicht mehr weiter fahren ohne 40 euro tickets zu riskieren ja ganz schön scheiß lage das heißt wenn ich von da oben angeballert komme ziehe da ab wo jetzt mein rad steht lande da unten 40 euro mir erschließt sich die logik nicht ganz vielleicht hat ja einer einen kommentar dazu das hier ist jetzt echt eine sehr sehr verrückte angelegenheit und zwar das hinterrad steht in hessen das vorderrad steht in baden-württemberg kostet 40 euro jetzt wäre es interessant zu wissen da ich ja quasi nicht mit dem kompletten rad in baden-württemberg stehe weil ja quasi das hinterrad noch in hessen ist oder verbleibt muss ich da nur 20 euro zahlen wenn die strafe 40 wäre so immer noch legal und nicht mehr legal es ist jetzt völlig illegal was ich gerade treibe der weg ist keine zwei meter breit kein mensch weit und breit zu sehen aber es ist illegal au das ist verrückt eigentlich so hier gehts weiter ziemlich technische passage ich trotz jedes mal auf diesen schräg gelegten baumstamm ab hier so umsetzen zack so ich habe jetzt noch ein bisschen geklappt aber ich muss ja noch lernen so nochmal umsetzen besser Pedale aufgesessen so und dieser trail da war jetzt zur hälfte illegal verrückt oder also in hessen war es ok da waren so die angelegten sprünge und berms legal rest illegal ist verrückt und ich habe es geizig wo vor vor vor